Die Orca MyEye ist speziell für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt worden. Sie können jeden gedruckte oder digitale Text erfassen und von jeder Oberfläche vorlesen. Es ist egal, an welcher Sehbehinderung Sie leiden oder wie gross der Verlust vom Gesichtsfeld schon ist. Sogar bei völligerer Blindung können Sie das Hilfsmittel unabhängig einsetzen. Dazu müssen Sie einfach die Orca MyEye an der beliebigen Brille anmachen, Sie wie immer aufsetzen und dann auf den Text, den Sie lesen wollen, zeigen. Innerhalb von wenigen Sekunden erfasst die Geräte den Text und redet ganz diskret in Ihres Ohr. Dabei ist es ganz egal, ob es ein gutes Buch nach dem Feierabend ist, die Zeitung beim Zmorgang oder die E-Mail bei der Arbeit. Orca MyEye kann jeden Text selbstständig erfassen und vorlesen. Aber sie kann noch mehr. Die Gesichter von ihren Liebsten erkennen, Produkte und Strichkulte beim Einkaufen identifizieren und Farben und Nötli erkennen. Die Orca MyEye gibt es in über 26 Ländern und sie kann mehr als 37 Sprachen. Tausende Nutzer benutzen Sie jeden Tag, damit Sie wieder mehr Unabhängigkeit in Ihrem Alltag bekommen. Und genau um das geht uns, wenn wir Hightech einsetzen. Wir werden Menschen helfen, wieder mehr Freiheit zu bekommen und die kleinen und grossen Herausforderungen im Leben zu meistern, die Sie sonst nur mit sehr viel Hilfe oder überhaupt nicht mehr bewältigen können. Gerne können Sie sich bei uns melden, um mehr Infos bezüglich der Kostenübernahme via IV und AHV zu bekommen.